Die Prä-ZiS ist ein Hebelschneider für die Buchdeckenherstellung mit eingebautem Eckenschneider. Das Nutzenformat wird über eingebaute Positionshilfen ermittelt. Deck-Pappen und Rückenteil bestimmen die richtigen Abmessungen. Ohne zu messen ergibt sich immer das richtige Maß für den Nutzen. Der pneumatische Eckenschneider wird durch leichtes Drücken auf der Platte aktiviert. Die Prä-ZiS ermöglicht einen effektiven und präzisen Zuschnitt von Überzügen.